Hallo, merhaba, salam aleikum, bonjour, ola, ni hao, allen Kindern, Eltern und Lehrern der Christoph-Rensing-Schule in Dormhagen. Mein Name ist Ulrike Neukam und einige von euch kennen mich schon, denn ich unterrichte seit Februar die Singpause in den Klassen 2a, 2b und 2c. Wie ihr alle bin auch ich im Moment meistens hier bei mir zu Hause und deswegen so einem klitzekleinen Virus, der Corona heißt und der unser ganzes Leben ganz schön durcheinander wirbelt. Aber wir wollen die Zeit nutzen, um mit euch in Kontakt zu bleiben und gemeinsam ein neues Projekt in der Christoph-Rensing-Schule vorzubereiten. Wir singen uns mit der Christoph-Rensing-Schule um die Welt, soll das Projekt heißen. Denn in der Christoph-Rensing-Schule gibt es richtig viele Kinder und die Familien der Kinder kommen aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern dieser Erde. Wir möchten nun Lieder sammeln aus all diesen Ländern und dafür brauchen wir deine und eure Hilfe. Auf dieser Website findet ihr drei Arbeitsblätter. Diese dürft ihr gerne gemeinsam mit meinen Eltern ausfüllen. So lernen wir etwas über die Länder, aus denen ihr kommt, welche Sprachen man dort spricht und wo auf der Erde diese Länder liegen. Toll für uns wäre es auch zu hören, wie die Lieder klingen. Also wenn ihr Lust habt, schnappt euch das Smartphone eurer Eltern oder eine andere Möglichkeit ein Lied aufzunehmen und singt uns das Lied einfach schon mal vor. Dann schickt ihr uns diese Arbeitsblätter gerne per Mail. Die Mailadresse findet ihr auch hier weiter unten auf der Website oder bringt sie, wenn wir endlich wieder zur Schule gehen können, einfach mit. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Lieder und euch bald wieder zu sehen. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.